Die Grundschul-Superhelden, die geheime Kammer. Seltsame Ereignisse erschüttern die Bärbel-Rapunzel-Grundschule. Paula stürzt von der Kletterwand. Ein massives Regal bricht in der Schulbibliothek zusammen und ein Brand bricht nahe der Turnhalle aus. Direktor Dobermeier beschuldigt Hausmeister Erwin Maulhardt, der von den Kindern Mauli genannt wird, für diese Vorfälle. Die vier Superhelden, fest überzeugt von Maulis Unschuld, können nicht glauben, dass ihr Freund für die Unfälle verantwortlich ist. Gleichzeitig taucht ein verdächtiger Mann auf dem Schulgelände auf. Hat er eine Verbindung zu den Vorfällen? Anna, Caro, Finn und Jonas beschließen, eigene Nachforschungen anzustellen. Unterstützung erhalten sie von Chad, dem computergesteuerten Lautsprechersystem und von ihren Superhelden-Anzügen, die ihnen übermenschliche Kräfte verleihen.